Chevalier, was ist mit eurem Schiff? Es gab ein winziges Scharmützel. Drei Schiffe habe ich ins nasse Grab geschickt. Die Gervaux wäre beinahe gefüllt. Und, da ging es euch besser, Le Chasseur? In der Tat. Ich habe erfahren, dass dieser Samuel Smith überall nach Antworten gesucht hat, um die Funktionsweise der geheimnisvollen Schatulle zu ergründen. Er ist aus Europa zurück. Wo ist er jetzt? Macht seinen Schoner flott. Wenn ihr euch eilt, trefft ihr ihn noch dort. Ach, wisst ihr noch die Baupläne? Nun, ein Ingenieur baute diese Wunderwaffe für euer Schiff. Master Puckles' Gewehr feuert schneller als eine Artilleriebrigade und doppelt so schnell. Vielen Dank. Nur das Beste für meine guten Freunde. Feuerte schneller und doppelt so schnell. Also, die Übersetzung ist auch nicht so wirklich, ne? Mmh, RB halten. RB. Ja. Ich besagte euch jetzt der Reise. Wollen wir dann, Gentlemen? Warum auch nicht? Wir haben eine neue Waffe und können sie wohl bald einsetzen. Nebenbei, Templer sind meist gut bewacht. Und ich bin sicher, Smith macht da keine Ausnahme. Und diese Baupläne bringen noch einen weiteren Vorteil. Die Morrigan hat jetzt eine Ramme, die das Eis durchbrechen kann. Ich hörte von dieser Technologie, habe sie aber nie in Aktion gesehen. Was ist denn mit Smith? Wo steckt er? Hi, er segelt in diesen Gewässern. Und vielleicht hat er die Vorläufer-Schatulle. Finden wir ihn. Ach ja, genau. Die haben ja hier die... Da ist er. Ein günstigerer Zeitpunkt. Göttin Fortuna, schenkt euch ihr Lächeln. Wir sind entdeckt. Verfolgt ihn. Aber schießt nicht. Wir dürfen die Schatulle nicht beschädigen oder gar versenken. Kann dieses Fass auch schneller? Immerhin ist mein Schiff noch sehr glücklich, Chivalier. Stopp, Schatulle! Feuer! Und der Ziel ist nur Bescheid. Junges Wies, Schatz, weiß ich nicht. Was ist denn hier? Will, erschießt sich nicht. Vielleicht wollte er jemanden retten. Oder schieß auf Piraten. Er überholt sein Schiff. Etwas muss geschehen sein. Hätten meine Verbündeten ihn angegriffen, wüsste ich doch. Er war lange auf Reise. Jetzt können wir ihn schnappen. Slees verwaltet die Reichtümer der Tempel. Nicht wahr? Schießt er aus dem Weg? Washington vertraute ihm die Vorläufer-Schatulle an. Er könnte sie noch haben. Shay hat recht. Die Schatulle geht vor. Also können wir ihn nicht versenken. Wir müssen sein Schiff kapern oder ihn zum Stranden zwingen. Ganz einfach, da wir jetzt... ...eine Ramme haben und durchs Eis durchkommen und er nicht... Er bricht durch das Eis. Ihr scheint nicht der Einzige mit einem Rammsport zu sein Schild. Hoffentlich ist unserer ebenso gut. Wir gehen einfach so durch, wie dir auch. Ja. Es klappt. Der Weg ist frei. Rute 9 ist durch das Glück. Aber verschwendet keine Zeit mit Jubeln. Smith entwischt uns. Nee. Wir sind ja immer... Wir sind ja immer... Eine Falle. Aber jetzt ist ja, blommst du. Smith darf nicht entkommen. Feuer. 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 Wir brauchen das hier. Ey. Geh auf. So. Hä? Ich wollte doch meine Pistole haben. Da. So. Geht doch. Schiff ausschlachten. Hallo? Wir brauchen Geld. Die Marrigan hat nicht viel abbekommen. Wo ist Smith's Schiff geblieben? Beseitigen wir zunächst diese Ablenkung. Wir finden ihn. Wir verfolgen es noch. Hämmter. Feuer. Feuer. Gelegen. Bereit zum Zuschlagen. Feuer. Eine Schwanzstelle. Die Strauß-Kleppen. Feuer. 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 Ich habe mich nicht getroffen. Ne. Hey. Ey. Ey. Feuer. Bereit hier. Da ist Smith. Er segelt weiter. Sicher wird er euren Untergang beibohnen. Da muss ich ihn enttäuschen. Er ist noch in Reichweite. Ja. Wieso? Wir haben da ordentlich was geholt. Aber. Aber. Der griechische. Welches Teufelswerk ist das? Noch eine Tempter-Taktik. Sie können das Wasser mit Flammen überziehen. Vorsicht, Che. Wir könnten zur Asche werden. Das ist nichts als ein letzter verzweifelter Versuch. Er weiß, dass wir ihn haben. Das ist griechisches Feuer. So. Na. Wir können uns glücklich schätzen, hier zu segeln. Andocken. Jetzt wissen wir, wo es hingeht. Der Bastard hat ein Lager hier. Folgt niemandem. Feuer. Auf keinen Fall mit den Kanonen. In der Nähe der wachsvollen Schatul. Ich kümmere mich darum. Ah, natürlich. Also, wir dürfen ihn nicht mit Kanonen töten. Boah. Ganzhaft. So, nochmal, ja? Hier hoch. Hier hoch. Wir kommen da ernsthaft nicht hoch? Schmeала dir. Hier hoch. Ben. Hallo? Hä? Nein, ich möchte nachladen. So. Ja, kann ich den plündern? Wer hat hier nichts besonders dabei? So. Das kann nicht sein. Nein. Wisst ihr überhaupt, was das ist? Ein uraltes Artefakt. Ein Schatz von jenen, die vor uns kamen. Ja. Aber was soll's? Selbst die größten Wissenschaftler aus ganz Europa konnten es nicht zum Laufen bringen. Jetzt fehlt nur noch das Manuskript. Und dann wird alles enthüllt. Ja. So. Brennendes Öl. Nach hinten blicken. LT halten. Und zielen. Gut. Ja, wir haben ja hier noch so ein bisschen was. Munition besorgen. Zwei Rauchbomben und sechs Kugeln. Was kann man denn hier noch machen? Okay. Okay. Ah. Also das mach ich mal. Denn das interessiert mich hier. Äh. Äh. LB. Da muss ich hoch. Gut, gut. Hier komm ich hoch. Weiter nach oben mit dir. Einer. Schein. 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 So. Ja, was mach ich jetzt hiermit? D. Interagieren. Eingeborenen. Äh. Ich ist... Ja. Gut. Ich versuch's einfach mal. Müsste eigentlich selbsterklärend sein. Äh. Ich werde mich... Äh. Ja. 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 Okay, gut, kann ich mich da auch irgendwie drum herum drehen, das wäre jetzt vielleicht noch was cooler, plündern, natürlich, okay. Äh, da hinten ist noch eine Kiste, brauchen wir die Kiste überhaupt, ich würde sagen nein, wir laufen zurück, ist hier überhaupt zurück? Boah, Kind, Shay, Shay kann man nicht richtig böse aussprechen, das finde ich schade. Shay, Patrick, Patrick geht besser. So, ab zum Schiff. Leben ja hier nicht mehr viele. So ein bisschen was, kann man auch drum herumlaut, knatschen. Stoppen. 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 No, I'm stopping not, oh. Ich habe die Vorläufer-Schatulle. Schnellreise, fortsetzen. Und, ja, dann werden wir doch mal schnell reisen und zwar, wohin wir gehen müssten. Ich habe die Vorläufer-Schatulle. Smith ist tot. Sehr gut, Shay. Wo ist der Chevalier? Zurück zu Garfo. Wir müssen ohne ihn feiern, fürchte ich. Ich weiß, wir brauchen diese Artefakte zurück, aber um welchen Preis, Samuel Smith, er konnte kaum das Schwert führen, zu töten war notwendig, aber nicht selber. Okay. Okay. Okay.